Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erini und ich habe ein spannendes Thema für dich. Also dranbleiben. Angst ist ein Riesenthema. Das ist natürlich etwas, warum ganz viele Menschen auch zu mir kommen, die da energetisch ihre Angstthemen gelöst haben wollen. Und ich werde auch immer wieder gefragt, gibt es denn eigentlich Rezepte oder Methoden, dass ich nicht so ängstlich bin, dass ich aus meiner Angst rauskomme. Und im Wort Angst steckt ja von der lateinischen Wurzel her schon die Enge. Das heißt, Angst macht enger, macht dich kleiner, reduziert deinen Handlungsspielraum. Und deshalb möchte ich dir heute drei Dinge sagen, wie man eben Angst lösen kann. Vielleicht auch ohne, dass du jetzt unbedingt wohin gehst, sondern dass du dir selber einfach lernst, wie du dich abholst, wo du dich abholst, in dieser Enge, in dieser Angst und wie du da wieder rauskommst. Dann starten wir einfach gleich. Mein Tipp Nr. 1 ist Atmen. Das klingt jetzt vielleicht sehr profan, aber du musst es dir mal vorstellen oder du musst einfach mal beobachten, wenn du atmest, wenn du in der Angst atmest, dann bist du meistens sehr kurzatmig. Das heißt, der Atem geht oft nur bis fast zu einem Hecheln. Ein sehr schneller Atem, ein sehr unruhiger Herzschlag. Und das bedeutet einfach mal, dass du auch nur hier oben bist mit deiner Energie. Und energetisch gesehen ist ja das Wurzelschakra, das ist ja unten beim Hintern, wäre eigentlich so dieses Chakra für Selbstsicherheit und Urvertrauen. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir ganz tief, entspannt und runter, immer tiefer zum Wurzelschakra kommen. Und wie schaffen wir das? Also ich werde dir das jetzt einfach mal ganz einfach über Atem demonstrieren. Das heißt, versuche, dass du dich hinsetzt oder ruhiger wirst und einfach mal möglichst tief atmest. Einatmest und wieder ausatmest. Und je tiefer du da runterkommst mit deiner Atmung, wirst du merken, umso mehr entspannst du dich. Also atmen, runteratmen ist eine ganz, ganz gute Übung. Das kann man auch noch ausbauen. Und ich sage dir da auch jetzt auch noch Nebenpunkte dazu, die auch einzeln funktionieren, nicht nur über die Atmung. Das Zweite ist, spür deine Beine gut am Boden. Das heißt, konzentrier dich, wenn möglich, auf deine Fußsohlen, wenn die am Boden stehen. Lass die Gedanken direkt in die Erde fließen, in deine Fußsohlen hineinfließen. Spür deinen Kontakt, wie deine Beine richtig am Boden stehen. Deine Fußsohlen den Boden, die Erde berühren. Und das kannst du dann mit der Atemübung kombinieren und dann wirst du schon merken, okay, du wirst da ruhiger, du wirst da geerdeter werden. Und der dritte Teil meines ersten Tipps ist eigentlich eine Muskelanspannung und zwar vom Bopsch und Beckenboden. Das heißt, Hintern, Gesäß, Beckenboden, alle Muskeln da unten anspannen. Tief, also fest anspannen und wieder auslassen und wieder anspannen und kannst du ruhig so lange angespannt lassen, solange du das, solange es du halten kannst und dann wieder runter. Und auch das zieht die Energie runter. Du wirst merken, da fließt dann die Angst normalerweise leichter ab, besser ab. Atme, Bopsch zusammenzwicken, Beine am Boden spüren. Das sind drei dieser Tipps. Und der nächste Tipp, den ich dir geben kann, das ist jetzt einer, der mir sehr liegt. Das ist ein sehr plutonischer Tipp, aber ich mag es gerne und da musst du selber schauen, ob du der Typ dafür bist. Das ist das sogenannte Worst-Case-Szenario. Also, du musst dich immer fragen, was wäre denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Was wäre jetzt das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Und dann kommt aber noch ein Zusatz. Wir bleiben nicht dabei. Und dann überleg dir, wie würdest du reagieren, wenn das Schlimmste passiert? Wie kommst du mit dem Worst-Case-Szenario zurecht? Was würdest du brauchen, um im Worst-Case-Szenario bestehen zu können? Und das kann man sich wirklich in jeder Hinsicht vorstellen, wenn jemand zum Beispiel große Verlassensängste hat vom Partner. Einfach einmal vorstellen, okay, der Partner ist weg, man hat vielleicht sogar finanzielle Probleme dadurch oder weiß nicht, wo man wohnt. Aber wie gehst du um? Setz dir immer einen Plan. Egal, wie der ausschaut. Aber schau einfach, dass du in die Kontrolle kommst. Und dann unterscheide auch noch, das ist der Nebenpunkt zum zweiten Tipp, eben dieses Worst-Case-Szenario. Zweiter Punkt, unterscheide in das, was du in der Hand hast und das, was du nicht in der Hand hast. Da habe ich letzte Woche drüber gesprochen. Weil manche Dinge haben wir nicht in der Hand und können wir nicht kontrollieren. Also um die sollten wir uns auch nicht scheren, sondern einfach so das Vertrauen haben, dass es hoffentlich gut ausgeht, und gut klappt. Denn wenn ich jetzt sage, okay, ich sterbe, das kann ich jetzt nicht großartig beeinflussen oder ändern. Da kann ich nur hoffen, was Positives ist. Es ist ein positives Erlebnis. Es haben ja alle witzigerweise Angst vor dem Tod und keiner hat Angst vor der Geburt. Man muss sich das mal vorstellen, was wir da geschafft haben. Wir sind da aus der Mutter raus. Wir erinnern uns nicht mehr dran. Wir sind da aus der Mutter raus in einen völlig anderen Zustand. Die Lungen mussten auf einmal atmen. Wir mussten selber schauen, dass wir für unsere Verdauung sorgen. Also das ist ja so ein ganz anderer Zustand. Diese Schwelle haben wir schon überschritten und irgendwann überschreiten wir dann auch die letzte Schwelle. Wie geht man dann damit um? Und das liegt eben dann nicht in deiner Hand, sondern da muss man vertrauen darauf, dass das hoffentlich gut läuft. Also Worst-Case-Szenarien vorstellen und immer schauen, wie geht es für dich weiter? Egal, ob du das jetzt möchtest oder nicht, sondern einfach nur wissen, okay, ich habe mich mal damit beschäftigt. Also man schaut so quasi der Angst ein bisschen ins Gesicht. Das ist so ein bisschen konfrontieren mit dieser Angst. Und mein dritter Tipp für dich ist, die Weite wieder spüren. Ich habe vorher schon gesagt, Angst ist enge. Also muss alles, was weitermacht, die Angst lösen. Das heißt, ein Bild im Kopf, und das versteht ja unser Inneres, unsere Seele, unser Unterbewusstsein, spricht in Bildern. Das heißt, Angst ist vielleicht dunkel, kalt und eng. Und dann muss man schauen, okay, was ist denn weit, weich und geborgen? Und deshalb solltest du dich selber weitermachen. Das geht übers eine Mal dieses tiefere Atmen, haben wir vorher schon besprochen. Oder du kannst auch ein Bild dazunehmen, dass du dir zum Beispiel vorstellst, du gehst so weit auf wie der Sternenhimmel, so dieser prächtige Sternenhimmel. Oder wie das Meer, die Weite des Meeres, wenn man dann mal am Strand steht und aufs Meer schaut, und das nimmt kein Ende. Und das ist einfach so diese Weite, diese Unähnlichkeit, die dich dann auch wieder öffnet und die dich mehr aus dieser Enge, aus dieser Beklemmung rausholt. Und das würde ich dir unbedingt ans Herz legen. Also such dir Bilder für die Weite, wenn dir das liegt. Meer, Himmel, weite Wiese. Du kannst dir auch vorstellen, dein Energiefeld breitet sich in deinem Raum aus, in dem du gerade bist. Dass du da mal weiter wirst. Und dann geht es vielleicht durch die ganze Wohnung und dann einmal über die Straße und dann über die ganze Ortschaft. Also mach dich bitte weiter. Und abschließend, also das wären so jetzt mal meine drei Tipps, aber abschließend möchte ich dir noch sagen, Angst gehört zum Leben dazu. Schwierig wird es mit der Angst erst, wenn dir dein Leben so einschränkt, dass du einfach nicht mehr so leben kannst oder die Lebensqualität halten kannst, die du dir wünschen würdest. Und dann solltest du auf jeden Fall etwas machen. Ob du dir energetische Hilfe holst oder bei einem Psychologen mal anfragst oder irgendwo mal hingehst und das einfach einmal abcheckst für dich. Es gibt ja auch genug so diese Krisen-Hotlines, wo man anrufen kann kostenlos und das einfach einmal abcheckt, wie sehr bin ich denn da vielleicht beeinträchtigt durch diese Angst. Und das solltest du dich fragen. Beeinträchtigt dich deine Angst wirklich so sehr in deinem Leben, dass du sagst, okay, da komme ich auch allein nicht rüber, da brauche ich Hilfe, dann hol dir bitte diese Hilfe. Und da gibt es sicher einen Weg raus. Und das möchte ich auch schon so zu meinem Abschlusswort heute machen. Also es gibt einen Weg. Und das lasst dein Mantra sein. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer eine Lösung. Und wenn du die Lösung nicht hast, irgendwo auf der Welt gibt es diese Lösung. Und das heißt nicht, dass du zum Taj Mahal fahren musst und dort beten musst, sondern es geht nur darum, dass du schaust, dass du dieses Bewusstsein hast, es gibt immer eine Lösung. Und das ist einer meiner Grundglaubenssätze. Es gibt für alles auf dieser Welt eine Lösung, eine Heilung. Egal was es ist. Und davon bin ich überzeugt. Denn ich bin davon überzeugt, dass dein Leben, genauso wie meins, wundervoll ist, unendlich ist und dass da unendliche Möglichkeiten auf dich warten. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass du super gut aus deiner Angst rausgehen kannst und dann letzten Endes ein ganz neues Lebensgefühl dir auch machen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du wen kennst, der vielleicht die Tipps brauchen könnte, dann teil das Video. Abonniere meinen Kanal, da wäre mir irrsinnig damit geholfen. Wenn du irgendwelche Themen hast oder Tipps zu einem Thema brauchst und das bearbeitet haben willst, dann schreib es mir in die Kommentare, denn wenn du einen Kommentar schreibst, mache ich gerne ein Video darüber. Okay, bis bald. Alles Gute. Dein Oliver Erini mit medialer Energetik. Und das ist ja Energetik, die wirkt. Tschüss.